Da war hier glaube ich, ne? Ne. Drüben war bloß ein Shortcut, glaube ich. Ist auch okay. War es ein Shortcut? Ich glaube. Ne, hier ist ein Speicherpunkt. Okay, ich nehme es zurück. Da war ein Speicherpunkt. Hallo. Das Spiegelbild kommt ja jetzt wieder. Oh, hell. Ich liebe diesen Bosskampf. Die Taschenlo ist einfach zu OP. Ein Gladius. Das wäre bestimmt stärker, aber das ist bestimmt wieder so langsam, oder? Ja. Wir bleiben bei uns ein Messer. So ein Messer. Max Lieben. Ich glaube unten war sogar noch was. Ne, doch nicht. Unten war noch was. Ja, der OP-Ritter war da unten noch. Warte, da speichern wir vor. Bevor wir zu diesen OP-Ritter gehen, speichern wir vorher. Und dann kommen wir zu den OP-Ritter. So. Das, was das Schlimmer daran ist, je höher unser Level wird das mehr Schaden machen wie wir haben mit der Waffe. Ist eigentlich schon belastend. Belastend für die Gegner, nicht belastend für mich. Versteht mich nicht falsch. Boah, es ist schon dumm. Es ist schon... Es ist schon dezent dumm. Okay, ne, ich stehe da, wenn es kribbig ist. Bist du jetzt mal da rausgestiegen? Dafür mach mir 8 Damage. Schon belastend für die Gegner. Macht vollkommen Sinn, dass ich da gerade Damage bekommen habe. Der Ritter macht keinen Sinn. Habe ich das schon mal erwähnt? Ne, ich kann mal die Taschen oben machen. Aber, wenn wir die Medusa Köpfe machen sind hier. Da ist noch nichts. Okay. Und man könnte dann nämlich den Vormann sehen. Eins ist sicher, die Medusa Köpfe sind immer noch nervig. Das ist schon mal... Das hat sich, wenn sie nicht geändert hat. Immerhin. Guck ich jetzt mal wieder hoch. Hallo? So. Also an denen kommen wir noch nicht vorbei. Dann machen wir jetzt einen Damage, das ich jetzt nicht so das mache. Geh wieder zurück. Man nennt mich auch den Stecher. Ich liebe es einfach nur. Ich habe gerade sehr viel Spaß. Aber es ist selten, dass ich in Symphonie of the Night Spaß habe. Es klingt irgendwie so traurig immer. Es klingt immer so schlimm. Es ist so schlimm. Aber ich meine, ich gebe das ja immer eine 7 von 10. Vielleicht tendiert das langsam zu einer 8 von 10. Vielleicht gewöhne ich mich langsam dran. Wer weiß. Vielleicht gewöhne ich mich langsam an dieses Spiel. Dass ich die ganzen Fehler übersehe und sage so, hey, es hat zwar Mankos, aber eigentlich ist es voll cool. Aua. Okay, ich glaube gegen den habe ich jetzt ein Problem. Gut. Aber meint. Ich dachte nämlich gerade. Der hat gerade 40 Damage mit einem Schuss gemacht. Excuse me. Ich glaube hier war der genau. Der Teleporter. Bringt uns aber leider noch nichts. Die müssen wir ein bisschen aufpassen. Weiß nicht was sonst bitte. Aufzug aktiviert. Nice. Ich komme jetzt an die Höfstform. Zu früh gesprungen. Mal klärzen. Ich sage ja. Sollen wir die Maxe damit zu früh haben? Oder dann alle Maxe da draußen. Das sind wir noch. Das ist halt die geilsten. Ne, ich bin nicht die Biele. Weck mir die Biele. Speicherpunkt. Jawohl. Ach ja. So. Geld. Geld nehmen wir mit. Geld regiert die Welt. Was sonst der Ritter bringt eigentlich auch gut. Aber wir sind passiert in der Dach. Wo geht es eigentlich? Da waren wir schon, ne? Da haben wir dabei schon. Wolfs Seele erhalten. Im Wolf verwandeln die Verwandlung zum Wolf. So verwandeln die wir zu machen wollen. ok mit uns die bibliothek oder so bibliothek müssen wir lange bibliothek wobei der längere Schwart hast als ich, heißt das nicht so gleich hier auch. Meinen sein muss. Arschloch. Gehen wir es unten lang. Ich weiß, dass wir eigentlich oben lang müssen. Och, dieser. Aua. Ich muss immer noch sagen, die Musik in dem Spiel ist eigentlich auch voll cool. Scheiße, ich verwirr mich echt langsam an dieses Spiel. Ich verwirr mich langsam an dieses Spiel. Hilfe. Aua. Bronzer Hornig. Man hat eine bessere Ausrüstung, ich muss noch mal Zeit. Ja. Ein einzelner Ringen zu verkaufen. Nice. Schnauig, ey. Ich finde dieses Messer gerade einfach nur unterhaltsam. Ich meine ja, ne, uns wird es nicht weit bringen. Aua. Verflucht. Oh. Ich finde es nicht mal Anti-Fluch. Das ist so gut wie Bücher, ey. Warte, krass. Ich fern die Fremden, wenn ich das so... Hallo, Gott. Wo bist du? Oh, okay. Ich springe mal drüber. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich fern die Fremden, weil hier oben ist. Aua. Ich fern die Fremden. Ich fern die Fremden. Ich fern die Fremden. so was anderes hier zu mir kommt hier erzählt uns was zeigt den namen des feindes an genau jetzt haben wir ein level plus kann das nicht leben Oh. How about this? Thank you. How about this? How about this? How about this? How about this? Öffnungsjiwäl. Verschlossene blaue Türen öffnen. Thank you. Okay, kein Problem. Ah, steht in Fee, Halt Vergiftung. Rufmesser, Flak. Okay. Fischstern, Schabermeisterstern, Brennerwurfstern. Verzauberte Bibliotheksausweis. Das ist Bonn. Leichtes Kavalerieschwert. Eisenknippel. Fein geschliffenes Schwert. Hafner. Das Schwert von Schwert Hafner. Achso. 3 für Intelligenz. Eisenhahn nicht. Eisenhahn nicht. Eisenhahn nicht. Eisenmantel. Josefmantel. Farbe wählen. Das hätte ich gerne. 30.000. Geht ja. Medaille. Medaille. Dev und Attacke. Ring des Belastens. Ring mit heiliger Macht. Das klingt auch nicht schlecht, ne? Stärke, Kondition, Intelligenz und Glück hoch. Also alles hoch. Federhandschuhe. Attacke plus 5. Das macht gar nicht so schlecht. Duplikate. Verdoppelt benutzbare Objekte. Schlosskarte. Warte. Warum nicht, ne? Alter, wie viel kostet das? Boah. Ich hätte gerne den Federhandschuhe. 800.000. Äh, 8.000. 800.000. 8.000. Und Josefmantel. 38.000 brauchen wir also. Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen eine Schlosskarte. Nice. Sind ja gut dabei, wie man sehen kann. Wir müssen... Wir müssen eigentlich hin. Aber warte, wir haben jetzt... Wir haben jetzt... Das Objekt, was uns der Dings öffnet. Ja. Ja, Öffnungsgewehe. Verschlossene blaue Türen öffnen. Das heißt, wir können... Man kann doch die Fensterform einstellen. Okay. Wir können jetzt, äh... Da unten nochmal hin. Da kommen wir nach unten. Und wir können da links hin. Da kommen wir zur... Zur Kirche. Oh, da müssen wir erst später hin. Ich würde sagen, wir gehen erst unten lang. Da haben wir das Schlimmste eigentlich weg. Klingt nach ne Idee. Da gehen wir erst nach unten. Ich weiß, ich erwähne es wohl mal lang müssen. Nicht so wie das letzte Mal, wo ich... äh... rumgeirrt bin. Aua. Weil ich vergessen habe, wo die letzte blaue Tür war. Ja, ja. Ich bin manchmal schon ein Idiot. Au. Aber nur manchmal. Das Messel macht grad wirklich... Das Messel macht grad wirklich Laune. Wie schnell wie das... Normale Schlosshafen. Mit allen Nebenzeugen und so. Das ist grad ne gute Frage. Das wird wahrscheinlich schon ne Weile dauern. Für das... Andere Schloss holen wir uns natürlich das... Oh, ich bin mal nicht weiter weggeschleudert worden. Boah. Daun nicht. Sehr schön. Na komm. Komm, Fluch geh weg. Danke. Ich würde uns gerne wieder einfallen. Ja. 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 So. Also müssen wir eigentlich quasi wieder zurück... Machen wir. Null Probleme. Machen wir natürlich. Das ganze Geld, das wir jetzt kriegen, nehmen wir halt mit. Verhalten wir. Gehen hier oben lang. Weil es bringt Erfahrung. Außen ist dann ein Speicherpunkt. Speicherpunkt ist immer gut. Na komm, geht mal das ab. Auch wenn ich voll bin. Boom. Nice. Ja. Kann man wohl nicht schon eher hier hin? Waaayt a minute. Ja. Waaayt a minute. Ja. 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 Wenn man die Sprinten irgendwie... Nein? Okay. Also ich meine, ich habe gekriegt, dass ich mit dem Raum stehe. Will man es dann später. So, da geht's. Geh mir mit der Tasche hoch. Achso, jetzt können wir diese wunderbaren Blumen wieder... Das ist kein Damage, das ist nur nervig. Meine Bitte, ey.